Dieses NS-Propaganda-Foto versehen mit einer Widmung von Adolf Hitler ist in den USA für mehr als 10.000 Euro versteigert worden. Die Aufnahme zeigt einen lächelnden Hitler, der, wie es heißt, die damals sieben Jahre alte Bernhardine Nienau zu seinem 44. Geburtstag 1933 auf dem Berghof am Obersalzberg umarmt. Das Bild entstand zu einer Zeit, als Hitler der Welt als freundlicher Machthaber präsentiert werden sollte. Aufgenommen hat es der Fotograf Heinrich Hoffmann, der seit Hitlers gescheitertem Putsch 1923 als Leibfotograf zu dessen enger Entourage gehörte. Fast alle Nahaufnahmen von Hitler stammen von Hoffmann. Er inszenierte zahlreiche Fotos, die den Diktator als gütigen Familienmenschen zeigen sollten. Er inszenierte zahlreiche Fotos, die den Diktator als gegründet werden sollte.